Willkommen zu einem neuen Video von Comexio. Heute möchte ich euch das neue Demo-Board von Comexio vorstellen, das ein Rundum-Update bekommen hat. Zeige deinen Kunden, wie einfach und günstig Smart Home sein kann. Im Vergleich zum Vorgänger ist dieses Modell kompakter, leichter und unterm Strich sogar günstiger. Das Comexio Demo-Board ist eine komplette Haussteuerung im Mini-Format. Und ideal geeignet für eine Systemvorstellung bei deinen Kunden oder zur Simulation der Steuerung. Zahlreiche Komponenten befinden sich bereits vorverdrahtet auf dem Board. Das Demo-Board wird durch den neuen IOServer 3G deutlich aufgewertet. Nach wie vor befindet sich der LED-Dimmer als Erweiterungsmodul neben dem IOServer. Ganz neu sind bei diesem Board die praktischen 24-Volt-Eingänge. Hier sind zwölf Eingänge schaltbar. Nicht nur die Optik vom Demo-Board wurde aufgewertet, sondern auch die konventionellen Taster der Vorgängerversion haben ein Upgrade erhalten. Der völlig neu gedachte Multi-Touch-Stil mit Effekt-Light nimmt einen besonderen Platz auf dem Board ein. Nicht nur optisch ist der Multi-Touch ein echter Hingucker, sondern er glänzt zudem durch ein innovatives Bedienkonzept. Mit vielen verschiedenen Funktionen und Wischgesten hast du dein Smart Home im Griff. Als weiteres Quick-Bus-Gerät haben wir den Bewegungsmelder Comexio Motion auf dem Demo-Board platziert. Das 5-in-1-Gerät ist ideal, um in deinen smarten Räumlichkeiten mit wenig Aufwand für maximalen Komfort zu sorgen. Ein weiteres Highlight ist unser RGBW-Spot. Dieser ist ideal geeignet für eine spektakuläre RGBW-Effektbeleuchtung, zum Beispiel in abgehängten Decken, Bars oder für besondere Möbelstücke. Eine Besonderheit bietet die umklappbare Schutzabdeckung, welche gleichzeitig als Standfuß das Board in eine angenehme 58-Grad-Lage versetzen kann. Die Schutzabdeckung sorgt außerdem für einen sicheren Transport und gewährleistet einen Stoßschutz. Mit dem Demo-Board deckst du viele Vorteile ab. Auf diese Weise kannst du deinen Kunden Comexio problemlos und einfach demonstrieren. Ebenso einsetzbar ist das Board zur Schulung der eigenen Mitarbeiter oder zur Programmierung im Büro. Übrigens ist das Demo-Board jetzt aus Aluminium und somit leichter und handlicher für unterwegs. Ich wünsche euch viel Spaß und Freude mit dem neuen Demo-Board von Comexio. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video von Comexio. Comexio. Better Smart Home, Better Life.